Okay Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Gianna's Sisters. Und... Wir sind jetzt in der zweiten Welt, ist und alles okay? Okay. Und ich hab mir ein paar Leben geholt, ich hab ein paar Level-Efters gemacht. Und ich weiß jetzt schon, was jetzt gleich kommt, weil ich gestern nicht versucht habe, es schon aufzunehmen. Weil es nicht so geklappt hat mit der Aufnahme. Weil ich sehr oft gestorben bin. Ich weiß auch, wo die ganzen roten Kassel hier sind, also... So, damit hab ich das schon erledigt. So. Hier war nichts. Komm her. Danke. Okay, hier war das dann. Verdammt. Das war echt knapp jetzt. Okay. Und zum Glück hab ich Leben geholt, sonst hat sich jetzt verkackt. Warte, hab's verkackt. Ich muss Anschwung nehmen. Ah, okay. Okay, jetzt ein bisschen Cola. Safe. Okay, heute läuft es besser als gestern. Ich stammel mal ein paar Kastella. Ein wegen Leben. Boah, das war wieder knapp. Okay, es läuft bisher sehr gut. Ach ja, ich weiß, wie viele Welten wir betreten müssen. Essen. Es gibt insgesamt neun Welten. Okay, das haben... Ach ja, diese Stacheln waren da oben ja. Ja. Okay, ich stelle mir, sagen wir mal, das mal ein. Ach ja, die Kastelle waren ja so komisch verabenteilt. Ich glaub, bei dieser Welt hab ich aufgehört, weiter zu spielen, weil ich hier immer etwas verkackt habe. Fuck you, du Missgestalt. Klasse, jetzt fängt der Geil da an. Okay. Ich brauch Leben, das merk ich jetzt schon. Ich brauch Leben, das merk ich jetzt schon. Oh, Mann. Oh, Mann. Beide ich mal. Okay, so. Das war echt knapp. Okay, jetzt kommt das nächste Problem. Da oben. Da ist eine Biene. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Wo ist der rote Kristall? Ist es da unten? Nein, von da kam ich ja. Hä, wo zum Geier ist der? Wichtig! Ich weiß nicht, wo das scheißrote Kristall ist. Das war mir echt gerade, wo das scheißrote Kristall ist! Wichtig! 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 Wo zum Geier ist der rote Kristall da? So schnell kann ich auch da hochkommen. Sieht nicht so weit wie aus wo es verteilt ist. Diese Scharde wird auf der Seite gezogen. Den Teufel ausgezudrösen. Wir haben alles jetzt auf der Seite. Oh, verdammt! Klasse! Ich schaff nicht mehr das Perfekt-Game. Klasse. Echt genial. Scheiße. Mann, das regt mich jetzt gerade auf. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich weiß, wo das ist und das ist scheiße gemacht. Ja, da drin war er. Okay, ich glaube, ich nehme die Abkürzung. Okay. Aber ich werde kein Perfekt-Game mehr haben. Das ist schade, aber naja. Also von der Trophäe, die letzte Trophäe werde ich niemals, ähm, nicht mehr bekommen können, weil ich ein Game-Overs schon hatte. Kacke. Ja, klasse. Klasse gemacht. Okay. Okay. Ich glaube, ich muss nach unten. Okay. 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 Oh, Mann, oh Mann. Ich würde zwei von fünf. Okay, was hat es mir jetzt gebracht? Ah. Ah. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal.